Extra fette Reifen, drehmomentstarker neuer Bosch CX-Motor, vollgekapselte Kette, 14-Gang-Rohlauf-Innengang-Schaltung. Das sind die Highlights für den Reiseradfahrer bei Ries & Müller 2016. Ries & Müller hat hier an alles gedacht, was für Reiseradfahrer wichtig ist und Langstreckenfahrten besonders komfortabel macht. Einen besonders stabilen Gepäckträger, einen bei Radfahrern für Langstrecken beliebten Ledersattel auf einer gefederten Sattelstütze, eine zusätzliche Trinkflaschenhalterung und ein extra Gepäckträger für kleines Gepäck vorne ermöglichen problemlos auch ganz besonders lange Touren und Reisen. Als Sonderzubehör ist das Navigationssystem von Bosch das Nyon-Display erhältlich, das wichtige Informationen zu Karten und Touren bereithält. Das Charger GX-Rohlauf ist als 25 kmh-Version um 4.999 Euro erhältlich und als 45 kmh-Variante um 5.299 Euro. Das Charger GX-Rohlauf ist als 25 kmh-Version um 4.999 Euro. Untertitelung des ZDF, 2020